Giovannis Trading Chancen am Dienstag 11. Juni. DAX nach Pfingsten im Aufwärtsmodus. Ich habe natürlich den DAX Ausblick für euch. Devisen eher ruhig, aber auch hier ein, zwei Trading Chancen vorbereitet. Und natürlich der Aktien auf der Watch. Ein bisschen was an News haben wir da und darüber sollten wir sprechen. Das vollständige Video erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.